Willkommen zurück zu Transport Fever 2 so dann machen wir hier die erste Linie oder ja dann machen wir hier Nummer eins aber auch da hast wenn sowas hier in der Art was bist du das ist ein bisschen zu groß das ist ein bisschen zu groß wie viele Haltestellen hast du so ja wie viele Plätze hast du zum stehen bleiben richtig mal was sieht von der Ebene diese Straße ein bisschen nach oben aber warum ja die geht ein bisschen nach oben aber wenn man so macht dann nicht ja was teils für hier ja so geht's so geht's dann Straße bitte die gleiche wenn es geht das ist sowas ja dann äh da rein ja ok passt für uns einmal jetzt brauche ich da hinten noch was dann komm mal her irgendwie sowas in der Art vielleicht sowas sowas war ja das klassische Teil ja wäre das hier ein bisschen besser gefällt mir besser das klassische Teil und jetzt gibt es ein paar Stationen würde ich sagen nehmen wir die hier ja und dann stellen wir die einfach da ein bisschen auf einmal da hin dann geht's da rein darauf dann Bahnhof vom Bahnhof geht's dann darauf dann darauf darauf da lang so und dann wieder machen wir da noch eine Station also dann neue Linie und da da dann da dann da da dann geht's einmal da hin bitte in die 1 ok sechs Stück haben wir da da von da dann da dann da dann da hin dann geht's zurück ja das sieht ok aus dann dann hier bitte wieder die 1 dann wieder dahin 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 und fertig öPNV rio rio was bist du süd süd da bist du ja passt du bist du bist rio hau 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 bahn hof dann das nächste bitte hier wäre dann da irgendwas also wir gucken mal was haben wir da schönes irgendwie sowas immer noch überall das hier dann sieht es nun einheitlich aus so dann war das diese station dann ist diese station für rio so so dann so so dann so dann halten wir noch einmal da da geht's dann da rein wir kommen hier wieder zurück fahren dann hier die straße entlang das ist ok dann geht's da lang ja so was und da geht's noch hier hin dann ich da eine station machen wollen wir da noch eine nein da wollen wir ne da brauchen wir nichts mehr es reicht neue linie eins zwei drei vier fünf hast dann hier zwei passt zack 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 dann da rein was wieso wieso was wieso wieso alles klar dann wieder da lang dann dann so dann so dann so dann so dann wieder so nein da bist du wieder die zwei ja dann da dann da dann da da und wieder zurück er konnte einfach nicht da unten lang von glaube ich ist egal die linie funktioniert warum es vorher nicht wollte keine ahnung wir haben hier jetzt die öPNV Rio Ost heißt das süd mit das heißt naja mache ich ein depot für alle linien weil sonst haben wir überall an jeder ecke ein depot das ist nicht zielführend also jetzt geht's weiter mit nord mhm alter ist da viel verkehr der schon überlastet alter die brauchen dringend busse oder straßen behalten wir haben es jetzt mit der busvariante gemacht das ist doch okay eher dann diese Seite hast hast doch so es ist angeschlossen ja dann Station du und zwar von 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 hier aus da dann dann müssen wir da schon die Richtung abbiegen dann gibt's da was so dann so dann schiffe können wir auch noch machen klar aber erst später flugzeuge auch erst später ich möchte da jetzt mal schön bauen ein bisschen ein paar städte belieben und ja jetzt neue linie von da 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 denn da hat drei klappt klappt da 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 dann da da und da dann wieder zurück dann jetzt da lang da dann das klappt 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 schon mal sehr gut jetzt wieder hier das bietest uns an drei dann da und da öpn v rio was bist du nord nord und dich noch also hier noch was hin und dann hätten wir es eigentlich dann kann man in der nächsten oder was machen mit busse kaufen und sowas wäre ok drehen bitte mal so oder wir machen es diese folge schon wer weiß ich noch nicht wie schnell das jetzt geht aber so 15 minuten folgen sind eigentlich ok so dann da noch was hin jetzt wieder bahnhof dann zurück da so dann ja da dann da was hin und das war es dann schon ach zack hm so dann so so dann so dann so dann so die vier dann da 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 wieder da rein hä 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 wieder der gleiche Bug ich sag nichts dazu vielleicht liegt es auch an dem Teil das weiß ich nicht das weiß ich nicht da bist du die vier ja und dann geht es ja wieder darüber auch an der neuen die zehn ja klappt öpnv rio west das schon das ist ein bisschen aber geht geht wie fahren die wir fahren dann alle da raus das das okay wir brauchen jetzt die 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 also da war davor wir machen mal das depo hin geht das da ripple da erscheinlich es nicht hinzukriegen ich hätte es aber gerne hier irgendwo Kommst du rein, da geht's nicht, da geht's auch nicht, da geht's, zack, vier Linien haben wir jetzt, dann brauchen wir mal das hier, vier Linien haben wir da jetzt, sowas wäre eine Option, da haben wir noch jede Menge, dich haben wir noch, was bist du, Berlin, Aachen, was nehmen wir denn da, Limbo, was nehmen wir denn da Schönes, was bist denn du, oder wir nehmen, ja, was kann man noch nehmen, den hier, der geht auch, wie viel Kapazität hat der, 1,40, aber ich würde dann sowas hier nehmen, in der Art, aber dann irgendwas vom Farbigen her, was dann da dazu passt, vielleicht sowas, wäre was anderes, sowas, wird den, nehmen, nee, wir nehmen den, vier wären, 16, dann hätten wir vier, ist das okay, vier mal 25, aber wir wollen ja nicht 5, das heißt 24, könnte man machen, nehm ich, ja, sagen wir 24, 1,2,3,4,5,6, gehen auf Nord, dann 1,2,3,4,5,6, Nord, 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 Ost, Nord, Ost, Nord, Ost, Nord, Ost, Nord, Ost, Nord, Ost, 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 Ost um